Dr. Justin Marchegiani Danke. Jetzt hörst du mal, ja? Da stehst du schon ein paar andere. Du kommst dann nachher, gell? Du kommst dann nachher, gell? Hast du den schon geblieben, stoppt? Gell? Und die anderen. Ich bin dann hier in dir, gell? Ah, ha, ha, ha. Gut, eh? Ich bin dann hier. Sie stehen da so hin, nicht bangelt mich. Da sind ja gerade halt ihr Madamealamst. Dieser leicht ist einfach so, nicht Coach. Das ist eben toll. Ich verm callsrunde, gell? Gell? Falt. Weisst du, der Lift-Up, was hast du denn da gehabt? So, genau so. Dann kannst du dran fahren. Dass du es so gut tun kannst. Auch wir vom Lokal. Dann kannst du es so gut tun.